Ohne große Umschweife gleich zur Sache. Das hier ist das Logitech Wireless Solar Keyboard K760. Total griffiger Name für ein griffiges Keyboard, um diese Wortspielerei einfach mal aufzugreifen. Ähnelt dem Apple Bluetooth Keyboard, bringt allerdings einen Kniff mit. Es verkraftet, hätte ich fast gesagt, drei Bluetooth Quellen, zwischen denen dann umgeschaltet werden kann. Das heißt, das Keyboard kann gleichzeitig in Anführungszeichen an drei Geräten angemeldet sein und schaltet dann hin und her. Das geht relativ flott, wie ich hier einfach mal demonstrieren will zwischen iPhone und iPad. Der Mac liegt bei mir auf Schnellwahltaste Nummer 1 und mag die Chiclet-Tasten, weil sie richtig im Mac-Stil beschriftet wurden. iOS hat natürlich das Problem, dass es dich nicht komplett Tastatur bedienen lässt. Es gibt kleine Tricks, wie hier gezeigt, über die Bedienungshilfen. Das ist mal lustig zu zeigen, aber nicht so wirklich praxistauglich. Und trotzdem, wenn es ein iOS-Programm gibt, in dem ihr viel schreibt und das iPad, iPhone eh am Schreibtisch steht, dann ist das ganz nett, mit nur einem Tastendruck dorthin zu wechseln. Das Keyboard an sich, ich habe jetzt drei Wochen drauf geschrieben und mag es sehr. Die Batterie ist nie zu nahe gegangen. Die Software ist total überflüssig, die man dazu auf seinem Mac installieren soll. Es gibt so ein paar Tasten in der Menüleiste, die sind überflüssig. Ich weiß nicht, warum die so wild irgendwie angeordnet sind. Manche funktionieren unter iOS, manche funktionieren auch nur auf dem Mac. Das hätte man vielleicht ein bisschen klarer strukturieren sollen. Ansonsten ist das ein sehr nettes Keyboard, das Logitech Wireless Solar K760.